Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses neue Jahr für Sie ein gutes Jahr wird. Es wird bunter werden. Wir alle, die haben Angst. Drei können wir jetzt verletzen. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Ein Mann wirft einen Feuerlöscher auf einen Rettungswagen, der gerade einen Patienten ins Krankenhaus fährt. Ich bin mir, ich kiffe, ich gucke, ich mache alles. Unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Uns allen wünsche ich jetzt einen hohen Rutsch in ein Jahr 2023, das hoffentlich gesund, glücklich und hoffentlich friedlich ist. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute.